Herzlich Willkommen bei MetalAlterTV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger und als allererstes, bevor wir jetzt über Bandmethod das Video reden, weswegen ihr hier reingeklickt habt, mal eine kleine Frage, eine Bitte an euch oder so. Ich sehe hier immer, super viele gucken meine Videos, aber haben den Kanal gar nicht abonniert. Das sollte man doch mal ändern, wenn ihr eh meine Videos doch schon die ganze Zeit guckt und meine guten Reactions mögt. Dann schaut doch gerne rein, dass ihr den Kanal abonniert, meine Güte und die Glocke anmachen und ein Like da lassen. Wäre doch super cool. Ne, aber reden wir jetzt mal über Bandmate. Bandmate haben ein Lied rausgemacht, ist schon was älter, vor sechs Jahren. Don't you tell me. Und da hat mir einer gesagt, das muss ich unbedingt hören, weil ich habe ja schon ein paar Mal auf Bandmate reagiert. Aber das Lied soll ich unbedingt hören. Schickes Video hat er gesagt. Hab ich gesagt, ja klar, gucken wir mal rein. Und dann würde ich sagen, hör mal da rein, schau mal da rein. Ich quatsche danach noch ein bisschen über das Video und über die Band und ich quatsche auch zwischendurch. Ihr kennt das Ganze, los geht das. Kein Sound. Da tanzen welche. Der Sound ist an. Vielleicht kommt er gleich noch. Don't you tell me. Bandmate. Ach, ja. Zack. Schnallts. Die Bandmate in ihren typischen Outfits. So ein bisschen Putzmädchen-Outfits zeichnet. Oh Gott, hab ich mich da immer so. Äh, vom Kopf her. Also, Assoziation. Grooviger Hardwalk. Das gefällt mir. Meist du runter, macht's alles kaputt. Dienstmädchen, nicht Putzmädchen. Dienstmädchen-Outfits. Oh, geil. Jetzt weiß ich, worum ich reinge mit WhatsApp. Oh, geil. Das schnallt extrem für Bandmate. Das ist geil. Mir gefällt das. Die wird weggeschickt. Oder noch nicht. Und da haben wir die Tanzszene vom Anfang wieder. Ein Maskenball. Oh. Bisschen Trommel-Solo mit drin. Passt nicht zu Vitam-Solo. Nehmen Sie die Party auseinander, weil es keinen Bock mehr an da zu arbeiten. Und da haben wir die Tanzszene vom Anfang wieder. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, geil. Baby, äh, Bandmate, ich wollte schon sagen Babymetal. Nee, das ist Bandmate. Don't you tell me. Sehr geil. Muss ich sagen, das macht Spaß. Das kann ich gut hören. Das Lied hat gerockt und danke, dass man mir gesagt hat, dass ich da reinhören muss. Weil, klar, ich reagiere hier immer auf die Bandmate wieder, aber ich habe da noch nicht alles von gehört. Bin ich ehrlich, genau wie bei Love Bites. Da habe ich zwar hier, da das Album von denen stehen. Ja, das habe ich auch schon durchgehört, das Judgment Day regelmäßig. Aber so die alten, älteren Sachen, da muss ich mich halt noch ein bisschen mehr reinhören. Auch bei Bandmate. Es macht Spaß, die Band macht einfach Spaß. Und ist halt eine der erfolgreichsten asiatischen Rockbands, muss man ja auch mal dazu sagen. Bandmate und Love Bites und so, die sind da schon ziemlich weit oben. Gibt zwar noch andere, die auch sehr erfolgreich sind. Nur aktuell Bandmate und Love Bites sind ziemlich, ziemlich weit oben. Und falls ihr auch noch andere Bands kennt, auf die ich reagieren soll, schreibt mir das gerne mal da unten in die Kommentare rein. Könnt ihr natürlich jederzeit machen. Oder andere Lieder, wo ich drauf reagieren soll, schreibt mir auch das gerne mal unten in die Kommentare rein. Oder schickt mir was auf Insta. Link ist unten in der Infobox drin. Ansonsten, ich habe immer Spaß, wenn ich Bandmate höre. Ich habe ja noch ein paar andere Reactions zu Dingen gemacht. Wenn ihr auch zum Teil hier oben im I, da ist das I ungefähr. Da seht ihr ja auch, worauf ich reagiert habe. Ein paar andere asiatische Bands. Und halt allgemein viele Bands, auf die ich reagiere. Auch ein bisschen Underground, muss ja auch mal sein. Und was soll ich sonst noch sagen? Schaut euch meine anderen Videos an. Hört Bandmate, hört andere Bands und habt noch einen wunderschönen Tag.